so leute willkommen zurück denn ich habe meine Wiesen ausgebaut sie sind auch zwei Hülentrollen dabei also die haben sich alle wieder vollständig regeneriert groß die Armee diesmal kommt auch Gorgel mit denn ich werde die alle wieder brauchen da die hier Wände einreißen können werden sie das machen denn ich will Gorgel benutzen natürlich kann ich jetzt über die Mauer gehen aber über die Mauer zu rennen war jetzt eigentlich nur gedacht die ganze Soldaten und diese zwei Gebäude zu vernichten so aber jetzt brauche ich die als Belagerung Wugby bum 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 Alter wie lange machen die das so hier oben mache ich hier mal verderbtes Land weil ich da jetzt hin rennen werde Alter komm schon es geht kaputt ich wüsste wie viel Leben so ein Ding hat zack 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 bringt die Mauer zu Fall macht mehr Wugby meine Armee kann nicht warten ah perfekt so dieses Land wird uns gehören so hier attackieren die jetzt mal so die attackieren dieses keine Pult die da attackieren das ebenfalls dann machen wir das hier so die beahnen sich mal mit der Vernichtung oh fuck 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 komm schon sammelt euch ruhe jetzt was war das oh fuck oh meine Armee komm ja dann mach halt Gorgeln sie platt oh die können mich mal ey sammeln ja man sieh einfach so riesen feier hier jetzt menschen wo rennt der denn hin ey da man sieh einfach Alter dann brennt da mal einfach mal alles na gut äh was wir haben was erschaffen ach komm dann drohe auch mal da hin dann müssen wir jetzt in den Nahkampf komm so so das ne ich jetzt zwar ein bisschen fail aber ok so ähm egal ich hoffe die Armee reicht trotzdem so ach die ist alle so reduziert nur wegen ich glaub's nicht nur wegen zwei Katapulte und dieses blöde Feuer was sie da gelegt haben äh 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 ein drittel meiner Armee stand da drin und verliert die Hilfse des Lebens ist ja vollgeknackt ey aber na jod na jod na jod da muss ich zugeben das war vielleicht auch bis eine Schuld so was kann ja nie gut gehen wenn man einfach so was großes baut und dann und dann kommt irgendwas sowas publik ist und macht sowas platt das ist immer so so die tolle zerstören mal das Tor dieses Land wird uns gehören die die sind einfach alle Team 1 so ach die kann doch Tore so beschießen cool So So Und nochmal Woher schießen die Bogenschützen Und nochmal Und in das Tor hinein Beziehungsweise die Dinger Erdenhammer Ja das ist das Ding hier oben rechts Wir wollen die nicht dazu kommen lassen Dass sie sogar Zeit haben Das Ding zu benutzen So würde ich direkt in die Mitte hinein spazieren Dann wüssten sie was da oben ist Und das wollen wir ja nicht Also ich zumindest nicht So Und sie haben auch hier Ich habe keine Armee aufgebaut Was mich besser fürs Beiratieren tut Sehr zu froh sogar sein Ah naja So 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 also Den Orcs Also ey seht Da wird diese krank große Armee an Das ist so voll quank So Ey das ist doch voll abartig Wie groß das hier ist Und das Erdenhammer macht wirklich Erdbeben Hier bei uns in der Basis Was wir nun wirklich nicht wollen So 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 Aber wir machen aber auch Ja Jetzt kleine Zeug kaputt Auch diese blöden Türme Loll Jetzt habe ich gedacht Das wird hängen So So Und weg mit dem Erdenhammer Konzentriert eure Angriffe Auf ihre Zerstörungswaffen So Und es wird wieder tag Gewonnen Zurück zum Lager Jo jetzt haben wir nochmal alle zurück Alle nochmal zurück Oh Was ist das denn Komm Komm Schieß das Ding ab So Noll Ist da ein DIN vor Und nochmal gefeilert Zurück Zurück zum Lager Lol Das ist ja witzig Macht was euch befohlen wird So Hier geht aber trotzdem Ein andermal Zeug Vorwärts Skorpion Vorwärts Habt ihr das gehört Euer König spricht Der Skoda-Polt Verfolgt uns natürlich Darum muss ich jetzt der Okay Mann Kann ich die nicht opfern oder so So Dann ist der da Der da Team 2 Na gut Der zieht sich zu den Zorbel So Die gehen jetzt mal hier rüber Was machen wir ein Spinnenreiter hier unten Naja Die gehen jetzt wieder hier rüber Bewegt eure Beine So Der gute Vorbereitet sich mal Für die nächste Schlacht So Ähm Äh warte mal Ah zwei Kontrolle kann ich basteln So Dann können wir ja durch die Vordertür gehen Da die Katapulte hier weg sind Dann Einfach da in die Mitte durch Wenn hier links auch Auch die linke Reihe hier oben gesäubert ist Verneigt euch vor mir hier zu Ähm Nur diesen Team 1 Kann sein, dass ich sehr Oh ne, die sind nicht Team 1 Da fehlt ja noch die Hälfte Wir haben einen Höhlen-Trollschatz Orgbogschützen sind immer so langsam Ja Cool Die Armee Diese Armee Ist schon groß Keine Brug Aber ich bin sicher Ich verliere noch viele Also Die Armee ist nicht groß genug So Ähm Zerstört alles Äh Zähmt den Zähmt den Zähmt ist gut Ja Die Armee geht wieder an den Start Für Dorks 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 Aber hier war ein verderbtes Land Hierüber Und war bisher dunker Himmel Und Hier sowas Ach man kann die Leute damit Woher schüttelt Ey cool So Kommt Macht was Mach doch mal was Auf die Katapulte So Noch ein paar da drauf Auf die Katapulte Nicht auf die Trolle Ach ja Die können übrigens Magier giftige Schwerter machen Die So 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 Die gehen zum Beispiel hier rüber Oh ja das hab ich auch vorgehabt so die games bei jürgen weiter und sind sie in 2 so ja, wir haben das Gebäude eingenommen das kann ich nicht holen ja, Dunländer davon bauen wir mal ein paar 3 Stück so, die gehen jetzt hier durch ach nee, da sind keine Katapulte aber trotzdem, die gehen jetzt trotzdem hier durch verstört so, die Spinnenreiter kommen auch mal gleich mit so, aber erstmal hier wir werden angegriffen wie oft nochmal Gegner, Dunländer zu bauen und was der da macht, weiß ich nicht ach Gott also sind schon alle ein wenig dämlich so das, das, das das äh, Team 1 so ein bisschen was machen, ne so, dir geht's mal auf die Seite und dann lassen sie sich halt jetzt irgendwie ein bisschen beschießen das ist eigentlich die Trolle da so äh, die Mann auch mal fackeln das, das, das die zerstören jetzt mal die Tore so die gehen jetzt mal zurück so der Haufen tötet mal die Dune Deuns so ey, da sind viel zu viele Bogenschützen, ganz ehrlich hier werden sie überrennen so 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 das hier zerstört alles so 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 sie können das hier von mir aus kaputt machen da, da, da wer neigt euch von mir genau ey, das naja, komm so schlags die Nino wirklich nicht so natürlich holen sie noch ein paar Zwerge das wäre zu langweilig aber sie haben immer nur nix drauf so und das da boom boom ey, die Hülentrolle sind auch voll geil wir werden angegriffen genau so wie Gorkil Feuer? ja ja, das hab ich auch vor ja, komm sie so hm, entschuldigt so so jetzt zum dem Ding so so und nochmal wo ist denn das Leuchtfeuer? Ach da ja so, ähm hier machen wir zwei ach ne Quatsch, die werden sowieso keine Kavallerie haben ähm komm, wir bauen auf noch ein paar von denen so so Alter da haben sie hundert da haben sie ganz schön viele Truppen gebaut die kann ich aber dann hiermit oh lol was macht der denn da? ach komm wir haben einen Hülentrolle die sind eigentlich aus zerstört er die Beute in der Ausrunde oberstes Leuchtfeuer komm machen wir jetzt mal ein bisschen anders wir opfern unsere Armee kann ja nicht schaden ich kann immer wieder eine Armee bauen also einfach mal ins Feuer damit ne mal sehen wie lange die hier aushalten oder was sie alles zerstören so, muss ja bis an das umformen ähm komm, speichern mal bitte bisschen schneller ein bisschen schneller wenn ich bieten darf bisschen schnau meine Fresse, ich so so, die laufen mal da runter die da sind Team 2 so, wir greifen einfach jetzt hier unten an reiß die Zitadelle ein so auch da ist der Gläuen ich höre komm vergifte den guten so das hier so so einfach naja so bis ein dunkler Himmel lebt Leute eigentlich noch sehen nicht so so ihr macht k Trustees klingen wohohohohoho hahhass so bisschen Dix machen die die machen alles kaputt so alter lebt doch noch gesehen nicht existiert ja überhaupt keine ahnung wir sind unschlagbar auch der wo kommt jeden her aber egal sie können jetzt keine zwerge treffen bauen das ist das wichtigste so so die letzten paar truppen paralysieren und attacke die sind elite sowas können wir echt nicht gebrauchen so so die machen alle fingern ei 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 so diese bogenschützen ob der kult so das hier bitte gefrucht machen damit sie da nix mehr bauen können warte mal, zerstört die feste, zerstört... ja komm ach komm wir zerstören jetzt aber die feste und wenn das nicht reicht, dann gehen wir halt nochmal zurück die greifen mal das tor an bestimmt muss sie sowieso beides vernichten also macht nix so macht die feste von vorne aus kaputt so und jetzt zurück zu hier hin so macht was euch befohlen wird oieieiei so, attacke in die schlacht orcs hier werden sie überrennen so die rennt jetzt hier hin so in die schlacht orcs ey, einfach überrennt, ey geil so, die machen trotzdem mal den Brunnen kaputt die ewei eue geäußert die e reseller in Wien in die Schlachtort die Eifer überran Eifer überran Döde Döde ja hier hätte ich gesagt bis in die Kampfmusik gefehlt oder so ich kann mich nicht oder habe ich sie die ganze Zeit nicht gehört naja egal die habe ich gar nicht gebaut Spinne Bruchtal ist nah doch seine Zerstörung muss warten noch Ne, scheut er nicht, schade Tja, das war es fürs erste mit der Orkarmie denn ich weiß die nächste Schlacht wird mit Mordor sein oh und Mordor hat eigentlich voll coole Trolle aber die Orks von denen sind so kacke und witzlos so das habe ich gebaut Orkrieger also normalerweise lasse ich mir sogar noch mehr Zeit hierbei aber so aber würde ich mal sagen wir sehen uns das nächste Mal bis dann